Ah, jetzt durchstecken und nein, ja, Elfmeter, da gibt es Elfmeter. Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen uns wieder eine Runde FIFA Ultimate Team und ihr seht, wir sind in Liga 3 mit 0-0-0-Stats und ihr seht auch, oh Gott, das wollte ich nicht verstellen. Oh, was habe ich jetzt verstellt, in welche Richtung? Kann man das irgendwie abbrechen? So hatte ich's, glaube ich, nee, so hatte ich's nicht. Wie hatte ich denn das? So nicht? So hatte ich's, genau. So, den geben wir mal in einen neuen Vertrag. Dem Verletzten ist aber egal, weil wir nehmen eh das Bundesliga-Team. Von daher ist das kackegal. Außer dass wir ihn hier noch auf die Ersatzbank stecken müssen. Also auf die Reservebank, meine ich natürlich. Also aus dem Kader streichen müssen, sozusagen. Und sonst ist es egal. Ja, was gibt's sonst noch Neues? Ich hoffe, ihr habt mein World of Nerds Video gestern gesehen. Weil das ist echt eine coole Sache. Da komme ich vielleicht, wenn ich Glück habe, auf den Let's Play Day in Münster. Nächstes Jahr im Februar soll der irgendwann stattfinden. Und da könnt ihr mich dann natürlich auch sehen. Und ich werde auch Karten dafür verlosen. Und ja, das ist eine coole Sache, denke ich. Deswegen schaut auf jeden Fall mal vorbei. Und dann werde ich, sollte ich da sein, natürlich auch Merch ein bisschen verteilen kostenlos. Was man so bekommen kann. Und ja, schauen wir mal, ne? Jetzt gucken wir aber erstmal, dass wir hier ein gutes Spiel abliefern. Und das war jetzt nur mal die Nebeninformation mit World of Nerds. Da könnt ihr das Video von gestern gerne zu angucken. Kam ein kleines Infovideo. Dann wisst ihr auch hoffentlich mehr. Und habt auch den Profillink direkt. Der steht aber auch hier unten in der Videobeschreibung. Wo ihr dann folgen müsst, damit es nach Möglichkeit soweit kommt, dass ich in der Tat für World of Nerds, äh, für mich auf dem Let's Play Day bin, so. Ich bin da nicht für irgendwen da, sondern für mich. Ah, der ist zu schwach zurückgelegt leider. Schade. Das wär's gewesen, wenn ich hier früh das 1-0 mach. Ah, das ist abseits. Oh, der wird rennen. Wäre natürlich nicht so reingegangen. Und ich so aber auch gar nicht gespielt hätte. Gar keine Frage. Oh Gott, was war jetzt? Hä? Was war jetzt? Warum gab's da jetzt? Ein Freistoß. Ich check's nicht. Da bin ich ganz ehrlich, Freunde. Ich hab keine Ahnung. Und ich bezweifle, dass mir das heute noch einfällt, warum's da einen Freistoß gegeben haben könnte. Ah, der kommt nicht durch. Schade. Jawohl, gut gemacht von Arnold. Gut mitgearbeitet, aber dann auch gut den Ball verloren. Also eigentlich schlecht den Ball verloren. Oh Gott, was mach ich da? Zack. Komm. Lauf doch da einer mit. Das gibt's doch nicht. So. Ah, das war kacke. Zu früh gespielt. Definitiv. Ja, und der spielt genau richtig. Und macht ihn dann fast. Aber da hat er natürlich nicht mit Zieler gerechnet, der den Ball dann noch zum Einwurf lenkt. Aber jetzt muss ich dazwischen, jetzt muss ich nochmal dazwischen. Jawohl. Jawohl. Gut gemacht von Papadopoulos, ja. Und dann auch ein guter Pass von Papadopoulos. Ah. Micky. Micky. Oh, den hält der Keeper. Das gibt es nicht. Micky Toyan hält ihn fast reingemacht. Aber leider ist da der Keeper zur Stelle. Und kann den Ball nochmal zur Ecke klären. Aber in meinen Ecke. Piszczek. Bringt die Ecke in die Mitte. Der Kopfball. Oh, nein. Der geht neben das Tor. Uccia kann ihn da nicht richtig drücken. Wie schade. Ah. Jetzt durchstecken. Und. Nein. Ja, Elfmeter. Da gibt es Elfmeter. Warum auch immer. Das werden wir vielleicht in der Wiederholung gezeigt bekommen. Ja, der Arm liegt kurz zumindest und er zieht kurz. Ist okay. Dafür kann der Spieler selber gar nichts. Aber. Aber der. Fuck. Hält eh. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Ah. Der Computer kann dafür. Was wollte ich sagen. Oh, Mann. Der hält den Elfer. Das gibt es nicht. Das ist, glaube ich, der zweite Elfer in Folge, der gehalten wird gegen mich. Hab so eine kleine Elferkrise. Könnte man meinen? Ah, der kommt nicht durch. Aber zum Glück kommt der auch nicht durch. Von daher alles gut. Oh Gott. Dann wieder so ein Kackpass. Jawohl. Den hat Mikita Eiern. Jetzt ein bisschen Platz hier. Ja, der war ein Stück zu weit, glaube ich. Zweiter Pfosten jetzt. Aber nein. Da kommt er nicht dran. Bravo ist dazwischen. Ich habe mir noch gar nicht so wirklich das Gegenteam angeguckt. Claudio Bravo ist ja BBVA, glaube ich. Wo spielt denn der Rest? Würde mich mal... Oh, ich wollte gar nicht zu ihm. Ich wollte zu Ucsa. Würde mich auch mal interessieren. Dann Charavi ist dabei. Serie A. Podolski. Ja, türkische Liga. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Wenn ich ehrlich bin. Also ein Mix-Team auf jeden Fall. Sollte nicht so gut von der Dinks eigentlich sein. Von der Chemie her. Aber man weiß es nicht. Den bekommt er noch. Nice. Mikita Eiern. Flanke. Aber da ist dann Bravo wieder zur Stelle. Das macht er richtig Bravo. Ah, dann kretscht er früh. Oh Gott, da muss ich jetzt... ...endlich mal den Ball bekommen hier. Ja, zumindest mal ein bisschen abgekretscht. Mal ein ganz Mini-Erfolgserlebnis. Jetzt war meiner Meinung nach ein Fehler, den Ball nach außen da zu spielen. Aber naja. So ist es halt, ne? Manche machen so, manche so. Okay, gibt den Freistoß zum Glück nur. War nämlich noch nicht... Oh, er könnte kurz spielen. Das ist gefährlich. Dann sollte ich lieber einen Spieler von innen wegziehen. Und der geht eh nicht rein. Von daher alles gut. Alles tutti. Oh, wohin? Ja, das gibt es nicht. Wohin spielt er den Ball? Das gibt es da echt nicht. Ich schenke ihm quasi den Ball da. So lächerlich. Geht schon wieder gut los in FIFA heute. Und das Stadion feuert auch noch hier Lukas Podolski lautstark an. Den Fangesang für ihn haben sie reingenommen. Ah, schade. Komme ich nicht durch. Ah, den bekomme ich auch nicht. Das gibt es doch nicht. Jetzt steckt er hier gut durch. Aber einmal zu viel wieder, meiner Meinung nach. Ah, da gibt es einfach. Hä? Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht, Freunde. Ohne Witz. Nö, nö, nö. Ich bin nicht gelieft oder so. Nur damit ihr es wisst. Also, das ist echt jetzt so. Okay. Nicht verloren immerhin. Würde ich mal sagen. Ähm, ich gucke mal kurz, ob ich noch ein kleines Pack Opening machen kann. Weil ich habe ja Online Draft eigentlich gespielt zuletzt. Und ich muss hier noch meinen Preis abholen. Genau, da mache ich noch ein kleines Pack Opening. Ähm. Goldset, Goldset und Premium Leihspieler Belohnungsset. Machen wir das direkt mal auf hier alles. Gucken wir mal. Zack. Äh, nicht wirklich was Gutes. Caballero haben wir, glaube ich, einen besseren. Aber wir gucken gleich einfach mal. Den Rest nehmen wir natürlich hier alles mit, was wir gebrauchen können. Zack. Den Rest weg. Und dann gucken wir mal noch beim nächsten Goldset. Da haben wir... Auch nur Müll. Das gibt es doch nicht. Verträge mitnehmen. Ah, da haben wir mal wieder neun, äh, Dings am Ende. Neun Trainer. Plus zehn. Zehn. Auf Raph. Das machen wir mal hier. Ja, kann man einfach mal reinstellen. Gucken, ob es verkauft wird. Und den Rest hauen wir so weg. Dann haben wir 13.050. Premium Leihspieler Belohnungsset. Da bin ich jetzt gespannt. Da kommen ja ab und zu mal ein paar Knaller raus. Jetzt kommt Ömer Toprak vom Bayer 04 Leverkusen. Den packen wir mal in den Verein. Ähm, und dann gucken wir mal. Äh, nein, ich will gar nicht alle hinzufügen. So, dann nehmen wir noch 125 Münzen mit. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und über eure Kommentare freue ich mich auch immer. Ich verabschiede mich für euch. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Sage bis dahin. Haut herein. Tschau.